Wir fördern technologie- und forschungsorientierte Start-Ups und KMU, die ihr geistiges Eigentum gern kommerziell nachhaltig nutzen möchten. Wir unterstützen Unternehmen bei der Auswahl von relevanten und strategischen Schutzrechtsinstrumenten und bei der Implementierung dieser Instrumente in den Unternehmen selbst. Dabei übernehmen wir Kosten, die im Zusammenhang mit der Schutzrechtsanmeldung stehen, aber auch Kosten für Dritte, zum Beispiel Patentanwälte oder Rechtsanwaltskanzleien. Wir fördern auch den Know-how-Aufbau in den Unternehmen, wie zum Beispiel die Übernahme von Kosten für themenrelevante Schulungen. Vereinbaren Sie rasch und unkompliziert auf der AWS-Website einen IP-Termin, ein telefonisches Beratungsgespräch. Oder beantragen Sie ein Discover-IP-Gespräch, das wir gemeinsam mit dem Patentamt anbieten. In diesem Gespräch können auch alle weiterführenden, passenden Förderungen besprochen werden.